Jetzt kommt der große Moment. Hier ist der Bärkanister und hier ist mein Rucksack. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir den da rein kriegen. Ich habe einen neuen Hut gekauft. So, der große Moment, ob das Ding hier rein geht. Yeah, es geht. Es geht. Es geht. So, da unten seht ihr jetzt noch meine Bärbox. Da ist jetzt für acht Tage, sieben Tage. Heute lassen wir mal weg. Sieben Tage Essen noch drin und die wiegt richtig was. Ihr wollt es gar nicht genau wissen. Ich will es euch auch gar nicht genau sagen müssen. Und ja, da drin, ganz gemütlich, da werde ich jetzt mal meinen verletzten Zeh frisch versorgen und mich ein bisschen ablegen, bevor ich mir dann was zum Abendessen mache. Das war alles krass. 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 Ja, das war alles krass. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.